Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur, schön, dass du da bist. Innerlich krisensicher sein, uns Menschen mehr verstehen, Lebensfreude gewinnen und das Glück zu steigern, das sind hier die Kernthemen, genauso wie in meinem 1 zu 1 Coaching für dich und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Mein Name ist George und heute sprechen wir über die drei wichtigsten Fragen, die du dir stellen solltest im Leben. Let's go froh! Frage Nummer 1, die man sich stellen sollte im Leben, ist, was möchte ich erfahren im Leben? Das ist eine sehr wichtige Frage, was will ich überhaupt alles erleben und erfahren? Für mich ist es im Großen und Ganzen mittlerweile innerer Frieden, so oft es geht, innerer Frieden und Glückseligkeit. Also, das tiefste Glück. Früher war es eher Ekstase, bevor ich vom inneren Frieden erfuhr. Ich wollte mich ekstatisch fühlen, so wie auf Drogen, hatte ja Drogenerfahrung. Dachte, das muss doch auch so im Alltag gehen und dieses ekstatische Gefühl, das muss doch irgendwie auch bleiben können und so. Aber Pustekuchen, stattdessen kommt die tiefe Depression danach meistens. Für alles gibt es eine Rechnung im Leben. Und die Ekstasejagd ist ein Riesen-Fail. Es verpufft genauso schnell und erzeugt Suchtgefühle, geht nicht tief und braucht externe Umstände. Er hält nicht lange an und macht abhängig von äußeren Dingen. Erzeugt Stress, lässt uns hetzen von einem Highlight zum anderen. Ja, und innerer Frieden, als ich das erfuhr, wusste ich, that's the shit to go. Also, das ist wie ein Zuhause, bei dem man immer wieder ankommen kann und tiefes Glück empfinden kann, ohne dass ich dafür irgendwie was jagen muss oder brauche. Aber natürlich ist es nicht immer leicht, diesen Zustand zu bekommen. Manchmal bin auch ich wieder so im Kopf und im emotionalen Stress und allem und so, dass ich da auch wieder was für machen muss erst. Also, Glückseligkeit ist die Mutter des Glückes in meinen Augen, ist unabhängig von äußeren Dingen, frei und tief. Allgemein ein friedliches Leben, ein entspanntes Leben, das reizt mich mittlerweile mehr, als alles sehen zu müssen und erfahren zu müssen. Peace, so oft es geht. Nicht viel tötet mehr Menschen als negativer Stress. Also, ich kann nur empfehlen, das Leben einfacher zu gestalten, friedvoller, vor allem das Innere friedvoller zu gestalten. Das reizt mich, aber frage dich, was möchtest du erfahren und werde spezifisch. Was möchtest du alles noch? Zum Beispiel als Verzierung auf Glückseligkeit. Ich denke, jeder will Glück und Glückseligkeit. Aber was soll da noch drauf oben? Es ist kein Problem damit, zusätzlich auch Sachen zu machen, die einen ekstatisch fühlen lassen. Bei mir ist es zum Beispiel mittlerweile auch Tanzen, die ich mir früher nie vorstellen konnte, da irgendwie rumzuhampeln und mich dabei gut zu fühlen. Das habe ich höchstens besoffen hingekriegt, irgendwie über die Tanzfläche zu stolpern. Mittlerweile fühle ich mich gut dabei und regelrecht ekstatisch. Ja, nichts falsch dabei, auch Ekstase und sowas ins Leben zu integrieren, aber eben nicht als das Ultimative zu sehen und zu suchten, denn das ist es absolut nicht. Ekstase natürlich ohne Drogen, denn das kostet wieder Glück am Ende. Man zahlt einen Preis. Ja, manche Dinge, die Ekstase hervorrufen, verhindern, also Glückseligkeit und da muss man gucken, dass das nicht passiert. Nimm dir Ziele, kann ich dir nur empfehlen. Ziele sind was Gutes. Willst du vielleicht Kinder haben? Willst du erfahren, wie es ist zu reisen? Willst du erfahren, wie es ist, eine Langzeitbeziehung aufzubauen, daran zu arbeiten? Willst du erfahren, wie es ist, Millionär zu sein? Mach dich auf den Weg und lass dich nicht abbringen. Willst du erfahren, wie es ist, Disziplin zu lernen und deine Grenzen zu überwinden und dein volles Potenzial zu erfahren? Mach dich auf den Weg und lass dich nicht abbringen. Ich möchte das zum Beispiel auch erfahren, wie es ist, mein vollstes Potenzial auszuschöpfen. Da bin ich einfach neugierig drauf. Ich will diesen Körper nicht irgendwann verlassen müssen, ohne zu wissen, was der alles kann. Das geht zum Beispiel nicht, indem ich schlechtes Essen esse, Fastfood, Transfette, viel Zucker. Da kommt mein Körper natürlich nie auf sein vollstes Potenzial. Die Gehirnleistung nicht, die Körperfunktion nicht. Das bringt alles nichts, wenn ich den mit schlechten Substanzen fütter, schlechten Treibstoff. Das macht das Gehirn träge und langsam und überreizt es. Und das Brain braucht eben die richtige Nahrung und der Körper, um am besten zu funktionieren, um das Potenzial auch auszuschöpfen. Das braucht ein paar Wochen, gute Lebensweise, paar Wochen, Monate und auch Bewegung und Sport und Schlaf. Eine gesunde Lebensweise und man kommt mehr und mehr in Richtung seines Potenzials und natürlich auch, den man sich fordert. Also, was willst du? Ist es vielleicht auch das, dass du mal dein Potenzial annähern möchtest? Möchtest du erfahren, wie es ist, etwas zu bewegen in der Welt, im Kleinen oder gar im Größeren? Möchtest du erfahren, wie es ist, ein Instrument zu beherrschen? Egal was, kläre diese Dinge für dich, schreib es auf und dann werde proaktiv. Halte dich nicht an meine Dinge hier oder an das, was deine Freunde oder deine Eltern wollen, sondern versuch wirklich, deine persönlichen Dinge frei von anderen herauszufinden. Was möchtest du erfahren im Leben alles? Schreib es auf. Die zweite wichtige Frage im Leben ist, wie möchte ich wachsen und mich weiterentwickeln? Ja, ob man will oder nicht, alles ist in Veränderung. Du veränderst dich, die Menschen um dich herum verändern sich, auch wenn es bei manchen kaum auffallen mag. Aber das Leben verändert uns automatisch. Du bist anders als vor fünf Jahren. Doch durch Bewusstheit kannst du gezielt steuern, wie und wohin du dich veränderst. Und du kannst Einfluss nehmen durch Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Podcast kann dir dabei helfen. Ganz besonders auch mein Coaching, da geht das alles viel schneller. Melde dich dazu gern unter der E-Mail beratung at menschenfreund.net oder bei Instagram oder auf meiner Webseite. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest und das beschleunigen willst, deine Entwicklung. Auch ob im Coaching oder anders, wie bleib bewusst und steuere deine Entwicklung so gut es geht. Verlass auch mal die Komfortzone. Hab Ziele und der Weg dahin wird dich entwickeln. Schau auch hier auf dich. Was willst du wirklich? Und es lohnt sich bewusst an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Denn sonst formen dich deine alten Wunden und Gewohnheiten wieder und wieder. Und das Leben und Schicksalsschläge und alles. Beuge vor, werde stark und bewusst. Hol dir Werkzeuge an die Hand. Und auch langsamer zu machen im Leben kann eine Weiterentwicklung sein. Sich zu entschleunigen. Nicht durchs Leben zu hetzen auf der Jagd nach Glück und Geld und Stimulation, so wie es alle erstmal machen. Du hast alles in dir. Du musst nicht jeden Trend mitmachen. Du musst nicht viel reisen oder sonst was. Sei denn, du willst es. Mach was du willst, aber mach es so bewusst du kannst und finde deine persönlichen Dinge. Kommen wir zur dritten Frage und die ist, was möchte ich beitragen? Ein ganz wichtiger Punkt, den man sich stellen sollte im Leben, denn wir sind Teil des Ganzen. Wir tragen sowieso bei, aber was möchtest du effektiv beitragen? Denn Beitrag erschafft Sinn. Komm aus der Ego-Schiene raus. Alle denken ja nur an sich, jetzt denke ich auch nur an mich. Natürlich denkst du an dich, aber du denkst auch an dich, wenn du beiträgst. Den Beitrag erschafft Sinn. Sinn erschafft Lebensfreude und Glück. Suche dir sinnhafte Dinge im Leben. Du musst jetzt nicht dein ganzes Hab und Gut spenden und deine ganze Zeit opfern, aber wo kannst du irgendwie was geben und jeder Mensch hat Schätze und kann was geben. Und wenn es eben Zeit ist oder Aufmerksamkeit. Die Frage ist für mich auch gleich der Frage, wie kann ich Liebe vermehren? Du kannst Liebe geben. Ja und das alles gibt deinem Leben Sinn, gibt Richtung, gibt Stabilität und Energie. Die Beitrag ist also wirklich auch was, was du für dich tust. Raus aus dem Mangel denken. Was du anderen gibst, gibst du dir. Indem du Liebe gibst, vermehrst du Liebe. Wo magst du wirken, dich einsetzen, investieren, geben, vermehren, beitragen? Es muss ja nicht viel sein, aber jedes kleine Lächeln und nette Wort kann schon einen Unterschied machen in jemandem Lebens. Man kann irgendwie für Tiere was machen. Man kann für die Umwelt was machen. Man kann im Alltag was tun, seiner Familie Gutes tun, seinen Freunden. Du musst nicht die nächste Mutter Teresa oder der nächste Gandhi werden. Mach was du willst, such dir Projekte oder mach was im kleinen Kreis. Überall kannst du dein Ego zurücknehmen und Liebe vermehren. Frag dich, was kann ich geben in diesem Leben? Frag dich, was würde die Liebe tun? Ja, und das war es für heute auch schon. Vielleicht kannst du mit den drei Fragen ein bisschen was anfangen und das deinem Leben eine Richtung geben. Ich hoffe, es bringt dir was. Wenn ja, dann teile den Podcast gerne mit anderen. Das gibt auch ein bisschen Beitrag, denn das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos. Auch wie eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch ganz lieb. Abonnier den Podcast. Hier kommt jeden Montag was Neues. Fast jeden Montag zumindest. Jetzt habe ich zwei, drei Pausen drin. Wenn du dir Zeit ersparen möchtest, dann melde dich gern zu meinem Coaching. Und auf meiner Webseite kannst du dich auch für den kostenlosen Newsletter eintragen auf menschenfreund.net. Folg mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreundpodcast. Und das Wichtigste, wie immer, bleibt gesund, offen, herzlich, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.